so willkommen bei malida und zu einer weiteren folge dämonologist diesmal hier ich habe mal die location geändert also ist wieder dabei pommes spielt gerade ein bisschen fußball mit der katze damit sie die katze in shape hält die spielte ja und wir sind jetzt hier im pub da habe ich schon alle verbesserungen die es gibt einmal diese diese wand dekoration diese statu die fahne die man auch wechseln kann plus dass da man in die sagte schlafen zeit diese statu wirst du bei ja das passiert so häufig aber ansonsten kann man noch sagen play piano dann sollte das piano spielen play piano ja genau ach so ja genau so ich brauche es ich brauche ein bier ein bier habe ich gesagt pommes endlich erst nach beim dritten mal ansonsten wollen wir diesmal ins abandoned haus auf stufe schwer ich finde das ist schwieriger als zeit clown und ich bin ja sogar auch schwieriger als das krankenhaus ja 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 okay aber ich habe ja nichts reingeworfen also es ist halt so die langen gänge und alles hat sich nicht so gut verstecken nee nee also wie heißt er es sind ja was wenn du alleine bist ich nehme ektro ja gut ich bin das also du legst jetzt ein kurz hin okay ich finde wie gesagt doof immer noch dass man im zelt auch selten verliert das hätten sie ja vielleicht ja nicht machen sollen du hast halt keine zeit so nah also das ist halt so mit was lauf ich denn jetzt hier rum hier ist die tür hinten schon auf zur werkstatt hin keine fingerdrücke keine fingerdrücke steht dieser ist es nicht immer so blöde im weg letztens waren wir im keller nicht immer so blöde im weg das ist eine frage entschuldigung ich wollte nicht unhöflich sein oh shit ich hasse es wenn hier das licht aus ist ja ich hoffe einer stimmt von euch nein nein scheiße lass es doch gleich du weißt doch dass es alles kaputt geht ich möchte sie nicht heiraten wo steht wenn du das sagst manchmal taucht sie auf mary me das passiert nur bei den hotten jana hatte das heute victoria also ich habe victoria mal gemacht damit wir zumindest mehr fluchtweg haben okay und das müsste gleich automatisch aufgehen okay ich habe aber keine spuren can you talk can you speak ich habe hier babygeräusche beim horchheitskleid beim horchheitskleid are you here where are you babygeräusche can you talk can you speak yeah wieso baby was gerade am aufwachen ist so so ich kann es jetzt nicht nachmachen das ist super eklig are you here also dabei hat nur reagiert wenn ich alleine bin könnte ich noch mal kurz raus ich frage nur noch mal ein paar mal dann dann lass ich es oh gott schritte hat er kann you talk can you speak talk to me what is your name where are you are you here okay das brauchtest du jetzt noch mal ja der scheint auf jeden fall hier drin zu sein ich lass das mal hier ich hole mal noch das zweite kruz sie ja der victoria das glaube ich zählt nicht dazu abw überhaupt das bisher noch gar nix bisher noch gar nix ne du setzt mich auf oh gott mein gott ich kann das auch nicht mehr mit meinem herzen also wir brauchen eigentlich nur esg erst mal ne der kruz sie ist ja vorne wir haben jetzt 15 grad und ich finde keine oh mein lot die leute die sendet die schon auf 50 runter sind hat ja aber jetzt oder jetzt eine stelle im stone aber ihr habt ektoplasma ich habe das dabei aber habe ich nicht gefunden habe ich jetzt nicht wenn wir jetzt schon bei 50 prozent runter sind auf jeden fall eine lümmel der zitiert also ich habe ein kruz sie beinahe ich tue es geht da noch ein ektoplasma fange ich jetzt vor müssen wir noch was wohl nicht unbedingt was hast du das auch nee das habe ich noch nicht das habe ich noch nicht geht zu der katze die nachbauen ja ich habe solche noch mal irgendwie oder oder brauchst du auch sendet die stone dann solltest du noch mal mitkommen könnte aber ein abkommend er habe ich ganz bei 50 ist natürlich doof was er schon genommen ich habe 37 was er wozu hast du denn hier sein mit sie genommen deine deine sendet ist bei 84 ja aber nur wegen den sendet die du hast nur 20 zusätzlich also so schlecht hast du jetzt gar nicht da gestanden nein ja aber eine sendet die gehört eh mir ja das ist schon richtig klar klar so also so eine staffelei noch oder was soll ich mit reinnehmen kamera hast du ne seid ihr sicher dass er jetzt hatte den raum gewechselt das weiß ich nicht show yourself ich nehme meine kamera wo 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 warte mal ich hätte noch was mitnehmen können ich kann nicht mehr laufen hier gemacht da hinten ja okay also immer fünf ich habe bisher keine atem wo habt ihr habt ihr jetzt elektros den dingen mit oder habt ihr es hier fallen lassen das liegt hier vor der tür da war draußen vor der tür ich frage noch mal kurz ist are you here where are you what is your name can you talk can you speak speak to me okay aber aber doch ich habe gefriert 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 atem atem da war jemand an einem kleid glaube ich lass uns mal kurz raus lass uns mal kurz raus wir müssen uns ausschließen dann hast du nie ach ich wollte schon mikrofon hast du kreuz bei er liegt noch vorne okay so warte mal beweise hatten wir jetzt eben fünf und gefrier ja ich stehe da echt noch vor nein er jagt er jagt was ich habe das kreuz in der hand und bin gerade raus er jagt es tut mir so leid ja ich habe ein kreuz bei ich habe ein kreuz bei stone pass auf weil ich versuche hier mal rum zu rennen ja 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 du rennst aber vor was seid ihr denn auch nicht ganz raus gegangen ey was bleibt denn drin also elektroplasma flecken sind raus er jagt immer noch die Tür geht nicht auf ja Tür geht nicht auf bleib mal versuchen ne ich sag euch bescheid sobald die Tür wieder auf da ist er da ist er los renn 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 au nicht dass er uns den weg abschneidet hier ne oh doch pass auf pass auf ach ich weiß es nicht kreuz ist weg kreuz ist weg komm raus komm raus ja äh das verdrickig ja der 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 lässt sich nicht verarschen hier ne wir hatten das heute auch wir wollten im kreis rennen ist er einfach stehen geblieben und umgedreht oh ja der ist jetzt auch umgedreht okay ähm welcher geist wir können nur ectoplasma ausschließen ja genau so ne ectoplasma gibt es auch gar nicht ja ausschließen hab ich doch gesagt achso das meinst du ja wir brauchen weg mit alle drei mhm aber die andere kann man noch nicht ausschließen das würde ich nicht sagen also jim sag ich mal ne boni mare abaddon jim da ein sehr aktiver geist ist neigt er zur jagd ok da er sehr aktiv ist zeigt er sich schnell ne also der abaddon wählt äh ziele aus die sich nicht selbst verteidigen können also eigentlich geht er eher auf die leute die kein kruzi haben ja ich weiß immer noch nicht ob das so wirklich richtig klappt mit dem kruzi ne ja das ist jetzt mage ok also abaddon ok er ist ja auf mich gegangen ne war er schnell ne hm 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 ich glaub nicht mare wäre schwer aufzuspüren hm das stimmt ja schon mal das das war jetzt ja nicht so einfach wenn jemand in der nähe ist wird er nicht jagen wollen der hat aber erst gejagt als wir weiter weg waren hm ja das stimmt ja das könnte eher hinkommen was wäre mare denn der hätte äh äh Staffelei können wir ins auto gehen und gucken haben wir den ach kameras aufgestellt gut nice weil ich finde die schwierigkeit auf hart ist äh du musst natürlich so schnell wie möglich die den geist herausfinden damit man dann noch genug sanity beziehungsweise kruzifixer hat ne ja äh ne gemalt hat er nicht oh er jagt er jagt da ist doch gar keiner drin oder bist du drin hinten drin was was warum macht halt kurz hier rumgucken ja ja brücke ok 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 wie sieht diese mit ihr aus stößen wahrscheinlich ich habe wenigstens nicht er ist er ist er ist hey alter so schnell kann man gar nicht gucken wie er die sendet hier hat ich weiß was ich habe das ist kurze fix ja wir müssen jetzt rein wir müssen zumindest den geist bestimmen dann läuft dann ein kind also ein kind ja ja warte mal das brauche ich nicht mehr oder warte mal das ist auch echt was was ist wenn es ESG ist dann sehen wir es nur wenn wir hier gucken ne also geisterbox würde ich generell ausschließen ich habe oft gefragt so ja das schließe ich aus ja was war jetzt bei oh ne ne warte mal was war jetzt bei wir haben ESG Staffelei oder Fingerabdrücke ne ja 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 Pommes wir müssen nochmal rein ja es hilft nix es ist bei die andere ja gemahlen ist nichts ne auf beiden ist nichts gemalt also es könnte es schließt das ja kann das ausschließen ja gut können wir machen Staffelei dann wäre es ein Jim und ein Oni also uns hat der Geist heute richtig angeschissen wir haben den bestimmt und als er schon ein äh umgebracht hat da hatten wir dann gefriert Temperaturen die Frage ist wenn wir jetzt wenn wir jetzt reingehen der wird definitiv wieder jagen der wird definitiv jagen sicher die Frage ist ähm verwenden wir jetzt das Kruzifix um den Geist jetzt noch irgendwie versuchen zu bestimmen oder bestimmen wir jetzt und versuchen noch Aufgaben zu lösen ich würde da noch besuchen ähm welche Beweise gibt es noch außer ja es wäre die Fingerabdruck hast du geguckt ne ja hatte ich geguckt relativ am Anfang nein 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 ah er hat ein ESG der Gin was macht denn der Gin den hatte ich eigentlich ausgeschlossen zu Anfang aber wer weiß achso der Gin neigt zur Jagd er neigt zur Jagd da er sehr aktiv ist zeigt er sich schnell das hat er aber nicht getan ja komm wir sagen ich sag jetzt einfach ich sag ohne kommen dann machen wir die Beweise ja ich sag tatsächlich auch ohne so so dann nimm du Fotoapparat mit warte mal ich hab hier alle ich kann auch noch mitnehmen Kruzi und Ektoplasma ja komm ich hab äh Kerze und äh Fotoapparat ah wir Taukarten wo waren die Taukarten äh so oh bei dem Kruzi vorne bei der Tür ok ah da hat es hingelegt warte mal willst du erst Haro machen dann machen wir machen wir machen wir wir müssen die Kerze aber also jetzt gib mir doch mal das Kruzi kurz ne du bist so gemein nicht für so nen Scheiß ne wobei ja nein schnell ist zieh die ich ze nah dann ich will ja nicht alleine rein behalte dich in mutiger erinnerung ich wirklich ziel ne verdammte scheiße warum mein literally Ich zieh. Void, es ist alles nur Void. Läufst du immer noch oder bist du schon tot? Ne, ich lauf noch. Ich zieh die Karten. Ich zieh immer nur Void. Void! Und es sind Karten weg, ich bin tot. Echt? Ja, ich bin tot. Okay. Oh mein Gott. So gemalt hat er immer noch nicht. Also der jagt ja aber direkt, wenn die Tür zugeht. Das krieg ich ja nie wieder hin. Ja, Pommes. Jetzt musst du alles machen. Ja, komm. Ich komm ja nicht mal zu seinem Raum. Ich wollte gerne Stone wieder beleben. Jetzt bin ich auch tot. Wie ein Held geschorben. Ja, Force of Science, immer. Ich krieg nicht mal die scheiß Kerze. Und die Taschenlampe ist aus. Nein, ich krieg das Kreuz nicht. Wo ist er hin? Er kommt jetzt durch den Flur. Ja, er geht Richtung Küche. Richtung Küche. Ja. Wow. Scheiße, du kriegst die volle Packung. Ja, ja, er ist hinter dir her. Troll. Tja, jetzt habe ich die Arschkarte. Die kommen hier ja nie wieder raus. Nee. Dreh im Kreis. Ich drehe mich im Kreis. Ja, ja, genau. Lauf, lauf. Ey, das klappt. Nein, falsch. Da hat das Kreuz genommen. Ich muss raus. Du hättest ein Foto vom Geist machen sollen. Oh, er jagt schon wieder. Er jagt schon wieder. Er jagt schon wieder. Was? Yo, yo, yo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ey. Ja, der hat so drei Gesichter übrigens, ne? Gesichter, ja. Oh, voll ekelhaft. Und wo kommt... Oh. Ja, 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 lauf weiter, lauf weiter, genau. Läuft noch hinter mir her? Ja, nach links, lauf nach links, genau. Oh, 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 du musst aber Speed geben, du musst Speed geben. Ich kann nicht mehr Speed geben. Wo ist er? Er ist noch da. Stopp. Er dreht, er dreht. Er dreht um, dreht um. Komm, zurück. Er geht weg. Bleib, bleib. Bleib. Was? Ist er weg? Er ist weg. Ist er weg? Er ist weg. Ja, er ist weg. Ich kriege die Tür aber nicht auf. Weil die Sau schon wieder jagt. Er kommt wieder. Was? Ich habe die Tür nicht aufgekriegt, er jagt immer noch. Wo ist er? Vielleicht ist die Jagd noch gar nicht vorbei. Ja, ich sehe ihn nicht. Ja, geht wieder auf. Puh, so, das schaffe ich nicht. Ja, gut, okay. Dann müssen wir es nochmal... Machen wir nochmal nach. Bei aller Liebe, das schaffe ich wirklich nicht. Und ich habe wirklich viel Stuff reingeschmissen. So, tschüss. Tschüss. Ja, nee, echt jetzt mal. Wie soll ich das denn schaffen? Nein, 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 das schaffen wir nicht. Wenn wir zu lange für die Geistbestimmung brauchen, dann schaffen wir das hier nicht. Wir müssten ja jetzt noch die Silhouette finden, Kerze ausblasen lassen. Nur ich habe jetzt wieder Ouija. Ich kriege diese Karte nicht, um dich wiederzubeleben, Mann. Ja, ich gucke gerade mal. Das war ein Gin, das war doch ein Gin. Der hätte malen müssen, ne? Hatte ich den? Nee, hatte ich nicht. Nee, ESG, ESG. Der ist nicht malen, der ist ESG. Oh Mann, ey. Okay. Man muss dann direkt das Kampfas reinbringen, weil das dauert immer. Erstmal ein Bier auf diese Niederlage. Bier! Oh, wir haben den Leuchtturm vergessen. Wir wollten rausfinden, ob das geht. Wir wollten rausfinden, ob das geht.